Das ist mein Arbeitsplatz. Dort seht ihr meinen Schreibtisch. Auf meinem Schreibtisch sind verschiedene Gegenstände. Der Laptop Die Ordner Die Kaffeetasse Außerdem habe ich einen Bürostuhl, auf dem ich sitzen kann. Hier verbringe ich die meiste Zeit. Ich werde euch jetzt aber noch mehr zeigen. Ich werde euch jetzt aber noch mehr zeigen. Wir gehen erst einmal zu meiner Kollegin. Hier ist das Büro meines Chefs. Da gehen wir gleich hinein. Hier ist das Büro meines Chefs. Da gehen wir gleich hinein. Ich werde meinen Chef fragen, ob ich mehr Geld bekomme. Ich werde meinen Chef fragen, ob ich mehr Geld bekomme. Erst einmal muss ich aber zu meiner Kollegin gehen. Erst einmal muss ich aber zu meiner Kollegin gehen. Hallo Steffi, ich habe eine Frage an dich. Ich habe eine Frage an dich. Hallo Jan, wie kann ich dir helfen? Hallo Jan, wie kann ich dir helfen? Ich werde Herrn Voss gleich um eine Gehaltserhöhung bitten. Ich werde Herrn Voss gleich um eine Gehaltserhöhung bitten. Hast du einen Tipp für mich? Hast du einen Tipp für mich? Sag ihm, dass du sehr wichtig für diese Firma bist. Das ist ein toller Tipp. Danke. Du könntest ihm auch sagen, dass er einen tollen Anzug hat. Alles klar, ich hoffe, dass das funktioniert. Alles klar, ich hoffe, dass das funktioniert. Ich wünsche dir viel Erfolg. Danke. Das ist die Mensa unserer Firma. Das Essen schmeckt nicht besonders gut. Das Essen schmeckt nicht besonders gut. Man wird aber satt. Das ist die Hauptsache. Jetzt zeige ich euch meinen Lieblingsort. Jetzt zeige ich euch meinen Lieblingsort. Wir können auch in diesem Raum arbeiten. Wir können auch in diesem Raum arbeiten. Ich sitze auf einem Sitzkissen. Ich sitze auf einem Sitzkissen. Manchmal verbringe ich hier auch meine Pause. Das ist unser Konferenzraum. Das ist unser Konferenzraum. Das ist unser Konferenzraum. Hier haben wir vor allem Gespräche mit Geschäftspartnern und Kunden. Das ist unser Konferenzraum. Ich bin sehr nervös. Hoffentlich bekomme ich die Gehaltserhöhung. Sie können eintreten. Was kann ich für Sie tun, Herr Schmidt? Ich muss mit Ihnen über etwas Wichtiges reden. Dann nehmen Sie bitte Platz. Welches Anliegen haben Sie? Zunächst einmal möchte ich sagen, dass der Anzug Ihnen wirklich gut steht. Danke. Schön, dass es Ihnen aufgefallen ist. Ich bin hier, um nach einer Gehaltserhöhung zu fragen. Glauben Sie, dass Sie eine Gehaltserhöhung verdient haben? Ja, ich denke, dass ich wichtig für die Firma bin. Ich arbeite hart und gebe immer mein Bestes für diese Firma. Wie hoch soll die Gehaltserhöhung denn sein? Wie hoch soll die Gehaltserhöhung denn sein? 5.000 Euro mehr im Jahr stelle ich mir vor. 5.000 Euro mehr im Jahr stelle ich mir vor. Insgesamt wäre ich dann bei 52.000 Euro im Jahr. Einverstanden. Sie bekommen 5.000 Euro mehr im Jahr. Danke für Ihr Vertrauen, Herr Voss. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Davon bin ich überzeugt. Jetzt gehen Sie wieder an die Arbeit. Alles klar. Vielen Dank nochmals. Ich habe es geschafft! Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und gebt einen Daumen hoch. Und klickt hier rauf, um noch mehr Deutsch zu lernen. Viel Spaß!